Scherben bringen Glück. Kapitel 5 Ich schlinge meine Arme enger um meinen Körper und lege einen Zahn zu. Denn auch wenn mir von dem Alkohol immer noch innerlich warm ist, breitet sich eine starke Gänsehaut auf meinem gesamten Körper aus. Der Regen prasselt unerbittlich direkt durch meine triefende Kleidung auf meine Haut. Aber zum Glück ist es nicht mehr weit, stelle ich fest, als ich meine Umgebung näher betrachte. Da vorne ist schon die Haustür zu erkennen, weshalb ich meinen Körper jetzt nicht nur zu einem schnelleren Gehen, sondern auch zu einem leichten Sprinten motivieren kann. Wiederwillig löse ich den starken Griff in meinem Körper, um zitternd den Schlüssel aus meiner Hosentasche zu ziehen. Warum müssen die Schlüssellöcher eigentlich auch so verdammt schmal sein? Im Dunkeln kann man da ja rein gar nichts erkennen. So zücke ich auch noch mein Handy und leuchte das Schloss an. Hoffentlich sieht mich kein Nachbar oder er weiß zumindest, dass ich hier wohne, weil sonst könnte es eventuell nach einer gewissen Straftat aussehen. Doch da, ja, da ist es lange sehnte Klacken zu hören und ich kann endlich in unsere Wohnung. Ich lege den Schlüssel auf die Kommode, streife geschwind die Schuhe ab, ehe ich ruckartig stehen bleibe. Bist du gar nicht zu Hause? Ich höre, doch es ist mucksmäuschenstill. Es breitet sich ein unwohles Gefühl in mir aus, denn einerseits hatte ich ein wenig gehofft, dass wir nicht sofort wieder aufeinandertreffen, da dies nach einem Streit immer etwas schwierig ist, aber andererseits frage ich mich, wo du bist, was du machst, ob du an mich denkst, so wie ich an dich. Denn schlafen wirst du um 17.54 Uhr wohl noch nicht. Ich gehe ins Bad und schaue in den Spiegel. Meine Haare sind klitschnass und ich habe wohl eine Art Hängematte unter den Augen. Ich will mir das Wasser von den Haaren streichen, doch ehe ich meinen Kopf berühre, streife ich meinen Pulli sowie meine Hose ab. Was soll's, mir ist kalt und da können trockene Sachen nur helfen. Und eine warme Dusche. Zuerst tut es ein wenig weh, als es warme Nass auf meiner Haut prasselt, doch irgendwann bin ich wieder aufgewärmt, sodass die Gänsehaut schmerzfrei schwindet. In so Situationen frage ich mich immer, warum der Mensch sich so zurückentwickelt hat in Sache Körperbehaarung. Sie kann doch auch nützlich sein, aber nein, stattdessen muss ich mir jetzt einen draußen abfrieren. Danke Evolution. Schon mal an kopflose Körperkläuse wie mich gedacht? Als ich aus der Dusche trete, schnappe ich nach meinem Handtuch, rubbel mir damit über die Haare und über meinen restlichen Körper. Ein Blick auf meine Umgebung zeigt mir, dass ich wohl ein bisschen zu heiß gejuscht habe, denn die Dampfschwarten ziehen und der Spiegel über dem Waschbecken ist von oben bis unten beschlagen. Aber hör mal, ich musste mich schließlich aufwärmen. Mit dem Handtuch um die Hüfte gebunden, schreite ich zum Waschbecken, schnappe mir den Föhn, um erstmal mit mir eine freie Sicht auf mich zu beschaffen. Rasch zieht sich der weiße Dunst von der Mitte des Spiegels bis zum Rand, sodass die spiegelnde Oberfläche erscheint. Wir hatten diesen Spiegel noch nicht lange hier hängen. Den ursprünglichen hast du beim Saubermachen vor ein paar Monaten kaputt gemacht, indem du mit deiner natürlich nicht vorhandenen Grobmotorik den oberen Rand vom Staub befreien wolltest. Dabei ist er dir runtergefallen und in zig Scherben zersprungen, sodass ich heute noch manchmal Angst habe, in eine dieser zu treten, um ehrlich zu sein. But shit happens und so kauften wir einen neuen und hingen ihn auf. Doch dies stellte sich als gar nicht so leicht heraus wie gedacht. Du wolltest ihn natürlich alleine anbringen, ohne Hilfe, aber ich setzte mich schon mal ins Bad. Um genauer zu sein in die Dusche, damit ich ein wenig erhöht saß mit Rückenlehne und dir gut zugucken konnte. Ich sagte nichts, hatte nur meine Hände vor meinem Gesicht gehalten, die Augen natürlich freigelassen, muss ja das Spektakel miterleben, damit ich mein Lachen verdecken konnte. Denn das Blöde bei so einem Spiegel war schließlich, dass er reflektierte und so auch eine wunderbare Sicht auf mich bescherte, je nach Winkel. Gerade hattest du wohl das Gefühl gewonnen, dass er sicher und gerade hing, weshalb du einen Schritt zurück gingst, um dein Werk zu betrachten. Doch kaum hattest du angesetzt, dies zu tun, machte der Spiegel ein ungesundes Geräusch und setzte zum Sturzflug in Richtung Boden an. Dein Gesicht hättest du in dem Moment sehen müssen und ganz ehrlich gesagt, so eine rasche Reaktion hätte ich von dir, dem sonst gemütlichen Tobi, gar nicht erwartet. Man kann sich denken, was mit mir in diesem Moment passiert ist. Ich konnte mein Lachen nicht zurückhalten, sodass es einfach aus mir lauthals rausplatzte und du dich, zum Glück mit dem Spiegel in der Hand, zu mir mit finsterer Miene umtretest. Findest du witzig, du rissen oder was? fragtest du mich herausfordernd. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Doch ich grinste nur breit und schüttelte total ernst nicht den Kopf. Weißt du, Tobi, setz dich nach einiger Zeit wieder an. Vielleicht hast du es dir jetzt auch einfach total mit dem Spiegel generell versaut. Man sagt ja, dass man sieben Jahre Pech bekommt, wenn einem ein Spiegel runterfällt und das Modell hier scheint ja auch nicht gerade knedig zu dir zu sein, wollte ich ihm einreden. Du stöhntest genervt auf. Ja, ja, Kevin, und die Ameisen plündern gerade unseren kompletten Kühlschrank, nur weil ich draußen eine Falle aufgestellt habe. Sag mir lieber mal, ob der Spiegel so gerade wäre. Da war der genervte Tobi wieder, den ich so liebte. Zeit, diese Stimmung noch ein bisschen an die Spitze zu treiben. Ich löste meinen Blick von dir und schaute kritisch den Spiegel an. Er war schon gerade, aber irgendwie wollte ich mir, oder besser gesagt, dir einreden, dass es eben nicht so war. So kommandierte ich dich herum, dass er zu hoch, zu niedrig, zu weit rechts, zu weit links, was auch immer war, bis du irgendwann gewaltig die Schnauze voll hattest. Sag mal, ermahntest du mich streng, willst du mich gerade völlig verarschen? Mission geglückt. Doch, warte. Ich schwederte die Lippen und schaute dich mit großen Augen an. Die Blöße wollte ich dir denn noch nicht komplett geben, weshalb ich aufstand und aus der Dusche auf deine Höhe trat, um dir ironisch Folgendes zu erklären. Hör mal, Tobi, ich finde es nicht nett, in welcher Tonlage du mit mir redest. Ich versuche dir nur zu helfen, denn, wie wir gelernt haben, sind Spiegel ein kritisches Gebiet. Nicht umsonst gibt es so viele Sagen und Sprichwörter um sie. Ich halte dir bloß den Spiegel vor, in Sache Spiegel aufhängen, damit du bekreifst, wie leichtfertig du damit umgehst. Du schautest mich wie ein Auto an. Ich glaube, du wolltest mich in diesem Moment einfach nur schlagen, mir den Spiegel vielleicht sogar als Halskette um den Kopf ziehen, aber du konntest irgendwie nicht anders, als mich anzulächeln und leicht zu kichern. Eigentlich wollte ich dich in diesem Moment sauer machen, aber konntest du mal aufhören, so süß zu sein? Ja, deine Verzweiflung, die in diesem schüchternen Kichern mündete, brach mich einfach um den Verstand und ich hätte dich am liebsten von oben bis unten abgeknutscht. So Zucker warst du. Stattdessen hast du einfach auf die Wasserwaage in deinem Werkzeugkasten gedeutet, die ich dir daraufhin, ohne mir etwas anmerken zu lassen, anhielt. Das war wieder so etwas, wie so vieles bei uns abläuft. Wir reizen jeweils anderen, ja, du kannst mich auch bis zur Weißglut bringen, wie du weißt, und können nicht sauer auf den anderen sein.